Bei all diesen Dingen, die wir gerade geschildert haben, bekommst du die Rechnung ja meistens nicht sofort danach präsentiert, sondern schleichend drei Wochen später und merkst, es geht irgendwie gerade nichts weiter. Bombig. Alle da? Seid ihr alle da? Ja, dann herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweetspot Training. Mario Sause und meine Wenigkeit, der Gerry begrüßen euch zur heutigen Folge. Heute geht es ein bisschen ums kalte Wetter und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Ja, die heutige Folge hat den Namen Winterkönige und was wir damit meinen, Mario, wir haben es in der Vorgesprechung ausführlich besprochen. Gerry, du hast eine Krankenhausgeschichte geliefert. Wo wollen wir hin? Ins Krankenhaus, im besten Fall. Nein, es geht darum, wir sind in einer Aufbauphase der Saison, wo es nicht um Spezifik geht. Es geht um allgemeine Inhalte, es geht um den Beginn der Progression. Und in der Phase kann man sie ganz früh hinmachen, wenn man die Progressionstufen zu groß, zu hoch wählt, weil dann ist keine Progression mehr möglich. Irgendwo wird sie beschnitten durch fehlende Motivation, durch Krankheit, durch Verletzung, durch ein Plateau, das sie entwickelt, was auch immer. Aber jetzt den Fehler zu machen, zu viel zu tun, nicht das Richtige zu tun, kann dann in der Saison, wenn es um etwas geht, ausschlaggebend sein. Ich glaube auch, dass das Thema Winterkönige deswegen gewählt, weil es ja total verlockend in unserer Sportart gewesen ist. In einer Vorbesprechung habe ich ja gesagt, wir alle drei waren einmal Winterkönige. Was heißt das? Winterläufe und Obergrafendorf, die Weltmeisterschaft, die immer im Mai stattfindet. Was mittlerweile der neue Winter ist. Was mittlerweile der neue Winter ist. Dass man dort schon zeigt, wie viel man drauf hat. Und das alles kann man gerne tun, aber das hat ein echtes Risiko. Nicht nur einmal kommt das Feedback von Athleten zu Silvesterläufen oder Winterläufen. Naja, das war aber jetzt schon zart. Das ist schon mal besser gegangen im Sommer, im Laufe der Saison. Ja, no, na, nicht. Und hoffentlich ist das schon mal besser gegangen. Genau, es ist einfach nur die Bestätigung dafür, dass es jetzt keine Laufform gibt. Und das ist gut so. Und das muss man so hinnehmen. Und das als wirklich positiven Aspekt sehen. Und nicht umgekehrt. Scheiße, ich habe jetzt die Form vom Frühjahr oder Sommer, wo es dann auf den Hauptwettkampf zugeht, im Moment gerade nicht. Aber im Prinzip ist es ja eigentlich eine paradoxe Geschichte, weil es gibt ja die Athletenkategorie, die im Winter unglaublich fit sein will, total übermotiviert ist und der klassische Winterkönig dann rauskommt. Und es gibt diejenigen, die die komplette Winterdepression haben, keinen Bock haben auf Training und im Sommer dann draufkommen, hey, im Winter zum Trainieren wäre es schon nicht schlecht gewesen. Also irgendwo ist er dann genau da. Es gibt nur die zwei. Ja, es gibt wirklich nur die zwei, oder? In einer extremen Ausformung gibt es wirklich nur die zwei. Das Schöne ist, ich habe das so lange gemacht, dass ich zwei Fuck-up-Stories habe, die ich so aus dem Mehlbogen schütteln kann. Das ist überhaupt kein Problem. Ich weiß nicht, mit welcher ich anfangen soll. Mit der Winterkönig oder der Winterfrosch-Geschichte? Fangen wir mit dem König an. Fangen wir mit dem König an. Da war ich wirklich gut in Form und bin, hätte wahrscheinlich 320 Schnitt durchlaufen können. Über sieben Kilometer auf jeden Fall, vielleicht sogar über zehn. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir gedacht, ich will es unbedingt bei einem Winterlauf zeigen, bei minus 10 Grad. Hat mich drei Wochen meines Lebens gekostet, weil wirklich, ich weiß nicht, ob es eine Grippe oder eine Lungenentzündung war. Jedenfalls ist an Training nicht zu denken gewesen. Und ja, ich habe gewusst, dass ich eine gute Form gehabt hätte. Nur die Pause, die mich dann gezwungen hat, aufzuhören, hat bewirkt, dass ich dann wirklich aus dem Trainingsprozess draußen gewesen bin. Und das ist eine Gefahr, der ganz, ganz viele Leute in ihrer Eitelkeit da liegen, dass sie sagen, ich halte es nicht aus, nicht gut in Form zu sein. Das ist eine riesige Gefahr. Ich meine, vielleicht auch passende Anhänger dazu, die angezieserte Krankenhaus-Story. Es passt ja in eine ähnliche Geschichte rein, ähnliche Jahreszeit wie jetzt. Das war, also gut, heute haben wir, glaube ich, minus 10 Grad. Ich glaube, heute ist das ziemlich der größte oder Kältepeak. Aber es war Marathon-Vorbereitung. Und wenn es halt kalt ist, denkt man sich, wenn man läuft, wird es eh warm. Und langer Lauf und nach irgendwie zwei Stunden 40 bin ich dann im Krankenhaus in Korneuburg gewesen. Aber nicht als Gast mit der Rettung, sondern weil es dort dann gratis Tee-Automaten gibt, wo man sich mit warmen Tee aufwärmen kann. Und dann ist die letzten 40 Minuten auch weitergegangen. Und das hinterlässt auch Spuren, körperlich wie geistig. Hast du den Tee über die Beine geleert? Nein, aber ich war doch 20 Minuten dann drinnen und ich bin mehrmals gefragt worden, ob ich Hilfe benötige. Und habe abgelehnt und gesagt, nein, ich muss mich nur kurz aufwärmen, was dann doch irgendwie, ja, eigenartige Gesichter hervorrufen. Wer waren die Leute? Psychiater? Nein, wir haben leider keine Psyche in Korneuburg. Ich habe mir echt gedacht, bei minus 10 Grad leibst du in einer kurzen Hose im Spital. Aber die kurze Hose ist das Tüpfelchen am I. Das ist absolut. Aber man kriegt so richtig schöne rote Knie. Das merkt man da. Aber es war eh eine luftige Weite. Ja, natürlich. Um deine Zeugungsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen. Ja, ich habe gewisse Dinge eingefroren, würde man sagen. Wurscht. Ich war für ein Schastraatz. Ich habe die ganze Zeit immer nur gut trainiert im Winter. Ja gut, du warst jetzt in Thailand. Ohne Ausnahme. Und so einen Blätseln nicht gemacht. Nein, natürlich. Solche Geschichten passieren, passieren. Die müssen, glaube ich, auch passieren. Aber halt nicht öfter als ein, zwei Mal. Und dann sollte man daraus lernen im besten Fall. Und das nicht mehr machen. Aber vielleicht komplett das Gegenteil zu der Geschichte. Weil du hast ja gesagt, du hast noch ebenfalls ein Gegenteil zu dem Fehler quasi. Ich muss sagen, ich habe einmal eine Saison gehabt, wo ich wirklich krankheitstechnisch sehr gebeutelt war. Und war dann, ich glaube, es war ziemlich, ich bringe dann eine Trainervortbildung im März. Und habe dann dort so, es war so ein Motivationshoch quasi. Und bin dann, glaube ich, sogar in Klagenfurt gestartet in der Saison. Weiß ich nicht mehr. Und auf jeden Fall war in den drei Monaten einfach noch so viel rauszuholen. Und man hat dann einfach so direkt vor Augen geführt bekommen, wie wichtig diese Monate vor dem Wettkampf sind. Wie unter Anführungszeichen, da kommt ein großer Disclaimer dazu, unwichtig die Wintermonate sind. Weil die Wintermonate wirklich wichtig sind für eine Basisbildung, aber nicht für eine Formbildung. Und das ist, glaube ich, das, wo wir jetzt drauf raus wollen. Also diese klassischen Winterkönige sind ja im Winter in einer Rennform. Und diejenigen, wo man quasi ein produktives Wintertraining erzeugen will, die haben im Winter einfach ein Riesenfundament gebaut, um darauf eine Rennform aufzubauen. Und ich glaube, da ist das, wo man hinwollt. Und das schließt dann eben diese drei Minuten 20 am Kilometer über sieben oder zehn, von denen du vorher gesprochen hast, als Basisarbeit in keinster Weise aus. Also, dass da nicht die falsche Ansicht entsteht. Es muss nur Grundlage und ruhig sein. Im Gegenteil, eine Grundlage, eine Basis aufzubauen für ein spezifisches Ziel, kann eine hohe Intensität bedeuten in den Wintermonaten, aber eben in unspezifischen Bereichen. Und da geht es dann darum, das einzuordnen. Die Gefahr ist da bei den hohen Intensitäten auch ein bisschen, das habe ich mir da jetzt noch dazu notiert. Wir hatten das Thema in Richtung Zwift und Rolle eh schon. Aber die Zwift-Rennen und die, wie heißt das jetzt, Karsen, Rafa 500 oder so zwischen den Feiertagen, oder so irgendwie, wo es um 500 Kilometer innerhalb von einer Woche oder zwischen Weihnachten und Silvester irgendwie ist. Weil das wäre spannender. Ja, irgendeiner hat es verdoppelt, hat einen Tausender draus gemacht. Wie ich gesagt habe, ganz intensiv beschäftige ich mich mit dem nicht. Aber das birgt halt auch Gefahren, dass man da über die Gruppendynamik, über dieses Setup, das vermeintlich dann zu einer besseren Grundlage führt, einfach falsch interpretiert und da ins offene Messer läuft. Ja, vor allem, warum? Ich meine, das sind im Prinzip klassische Crash-Wochen, weil die sind ja selten gut vorbereitet. Also diejenigen, oder das unterstelle ich jetzt, aber es ist ja nicht immer so, aber oftmals denkt man sich, ah, cool, da machen jetzt alle bei dem Festi500 mit, war ja auch mit. Und dann sitzt man irgendwie die acht Wochen davor, jeweils eine Stunde in der Woche auf der Walzer und auf einmal fährt man 500 Kilometer in ein paar Tagen. Und das ist ähnlich wie dieses Trainingslager-Phänomen, dass man halt versucht, den sehr lückenhaften Winter innerhalb von zwei Wochen oder gar in fünf Tagen oder sieben Tagen komplett zu egalisieren und einfach eine wahnsinns Umfangs-Intensitätswoche drauf hat. Und dann kommt man entweder heim und ist krank oder es passiert dort schon was. Aber das ist halt das... Ja, ich meine es eher in die Richtung, dass schon so Events stattfinden, gar nicht in Richtung eines Trainings, eines Blocks, sondern eines Abenteuers. Ich zähle vielleicht auch noch so dieses 100x100 Schwimmen dazu. Ich zähle noch die... Navy Seal Run. Navy Seal Run, genau. Ich zähle sowas dazu. Das sind nur unter Anführungszeichen über drei Tage alle vier Stunden siebeneinhalb Kilometer oder 7,3 oder so irgendwas. Ja, es läppert sich. Aber das summiert sich einfach gewaltig. Und das, was man dann gar nicht so akut als Athlet spürt, in der Ermüdung, ist aber in der Auswirkung danach eklatant. Also auch so verletzungstechnisch, dass man dann vielleicht einmal ausprobieren kann, dass die Schulter hin ist. Und solche Geschichten, das resultiert aus dem, weil, wie du das eben vorher gesagt hast, das nicht gescheit vorbereitet ist und nicht gescheit vorbereitet werden kann aufgrund des Saisonzeitpunkts. Genau. Und ich glaube, eigentlich müsste man sich ja die interessante Frage stellen, warum passiert denn das alles zu der Jahreszeit? Das ist ja in Wahrheit, das ist lauter Besparsam-Programm. Genau. Es sind Dinge, die die Motivation hochhalten. Keiner schwimmt im Juli 100x100. Das schwimmst jetzt. Dasselbe ist diese Progression Runs, wo man halt sagt, okay, im Dezember am 1. laufst 1 Kilometer, am 2. 2 und so weiter. Da muss man sich mal zusammenrechnen, was dann am Monatsende da an Kilometerleistung dasteht. Und vor allem, wenn du das dann runterbrichst, was du in der letzten Woche läufst, ist irre. Und das sind einfach Dinge, die sollen eigentlich spielerisch die Motivation hochhalten, sind aber eigentlich, wenn du das jetzt da rein von der Belastung her siehst, unfassbare Peaks. Overkill. So ein Overkill. Komm mal, es ist richtiger, wörtlicher Sinn, Overkill. Da muss ich nur eine Sache sagen, die 100x100 kommen ja aus dem Schwimmsport. Und für einen echten Schwimmer sind 100x100 nichts Besonderes. Ja, wenn du sonst zweimal am Tag schwimmst, auch sechs Kilometer. Ist das Charmante an der Einheit sogar, dass es eigentlich schon nach einem Mal vorbei ist und für einen echt guten Schwimmer in weniger als drei Stunden. Und eigentlich alles locker ist. Ja, und in Australien ist es ja so, dass du, da gibt es ja diese berüchtigten Schwimmgruppen, wo der Trainer sagt, heute kurzes Aufwäumen und alle wissen, heute sind es 100x100. Und das fändet dann öfter statt. Ja. Nur, den Charakter, den es ja bei uns Triathleten, ich übersetze, Treibhölzern hat, ist, dass du im Grunde genommen auf ein vollkommen unvorbereitetes Schultergelenk, das sonst Pimperlumfänge von zweieinhalb, drei Kilometer gewohnt ist am Stück, auf einmal an Zehner schwimmst. Und bei all diesen Dingen, die wir gerade geschildert haben, bekommst du die Rechnung ja meistens nicht sofort danach präsentiert, sondern schleichend drei Wochen später und merkst, oh da, es geht irgendwie gerade nichts weiter. Und dann durchforstest du irgendwie deinen Training Peaks Account oder der Trainer macht das, wir machen das und dann stellst du fest, aha, da hat dies und jenes stattgefunden. Also ich lasse manche Athleten das machen, aber ich warne immer, dass sowas Nebenwirkungen haben kann. Es ist ja auch, es würde auch keiner auf die Idee kommen, jetzt einfach am Sonntag einmal einen Sechziger zum Laufen oder die wenigsten würden auf die Idee kommen, aber vergleichsweise wäre es. Ja, ich kenne ein paar Leute. Es ist halt schon, ja. Aber die Winterkönig-Geschichte, ich habe ja einen Fuck-up noch nicht erzählt, weil das jetzt auch nicht heißen soll, dass das Wintertraining und der Umfang und die Intensität im Wintertraining nicht wichtig sind. Es gibt für jeden so einen Sweet Spot und den sollten die Athletinnen und Athleten für sich feststellen. und wenn man den unterschreitet, sollen es ein, zwei, drei Stunden sein, ist es tatsächlich so, dass das ja auch eine negative Wirkung zeitigt. Also man sollte die Menge an Training insofern optimieren, dass man keinen zu hohen Preis für den Umfang bezahlt, den man in den Wintermonaten bei der Eiseskälte schon geleistet hat, weil dann eine Steigerung kaum noch möglich ist. Oder man am schlimmsten Fall ausgebrannt in den März, April startet, wo die Umfänge für die Wettkämpfe, wann sie nun einmal bei uns stattfinden, tatsächlich wichtig wären. Gutes Stichwort, gell. Also nur, dass man da für den Allgemeinkontext halt mal dazu sagt, das, was wir jetzt hier gerade besprechen mit Wintertraining, ist natürlich auf den europäischen Rennkalender bezogen. Also ganz klar, wir haben auch in der Vorbesprechung, können wir ja nachher noch ansprechen, Südafrika. Klassische Ironman Südafrika, dann schaut natürlich das Wintertraining dementsprechend anders aus, weil die Form halt einfach früher da sein muss. Aber wir sprechen jetzt von dem klassischen irgendwas Bereich zwischen Klagenfurt und Bodersdorf, also in den Sommermonaten. Dann sind wir jetzt in einer sehr unspezifischen Trainingsphase. Ja, Umfänge müssen jetzt nicht sein. Das ist eine große Typfrage, wie die Trainings ausschauen. Auch in Bezug auf Umfang. Man muss da, glaube ich, ganz klar differenzieren. Wenn es Typen sind, Athletentypen sind, die gerne auf der Rolle trainieren, die Einheiten indoor absolvieren, dann wird naturgemäß die Sonntags, die lange Sonntagsausfahrt auf der Rolle nicht unbedingt vier, fünf Stunden sein, weil das ist wirklich ein Killer auf Dauer und ein stiller Killer, weil das geht eine Zeit lang, aber halt nicht über den gesamten Aufbau und schon gar nicht progressiv. Im Gegensatz dazu, es gibt Möglichkeiten, outdoor unspezifisch, semispezifisch was zu machen. Es gibt da schon eine Podcast-Folge dazu, also in Richtung Skitouren oder Langlaufen, spricht da absolut nichts dagegen, wenn man schafft, die Intensität niedrig zu halten, da auch im Bereich drei bis fünf Stunden unterwegs zu sein und darüber eine super gute Basis aufzubauen. Und vielleicht wird man da jetzt im Nachhinein nur mehr betonen, wenn man schafft, das Ganze wirklich in einem Grundlagenbereich, in einem tiefen Grundlagenbereich halten zu können, die Gefahr ist da vor allem beim Langlaufen recht groß, dass das nicht funktioniert. Im Touren gehen bin ich nicht so affin, aber aus den Trainingsdaten der vielen Athleten ist ersichtlich, dass das sehr wohl sehr, sehr ruhig geht und da vielleicht eher noch eine kleine Gefahr drin liegt, dass wenn man dann ermüdet am Gipfel ist und nicht besonders gut in Abfahrten ist, dass da Verletzungen passieren, das wird mir eher das im Auge behalten. Aber ansonsten spricht auch gegen Umfang in der Phase natürlich nichts, dass dann das Training rundherum anders gestaltet sein muss, also in Richtung vielleicht eher wieder, wie du das gesagt hast, Sausi, an den Baustellen zu arbeiten, die dann in der spezifischen Phase ohnehin nicht beackert werden. Also Kraft, also Motorik, also Technik, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Da ist mir eines der klassischen Beispiele, das mir da eingefallen ist, die ich definitiv anders machen würde, jetzt mit der Erfahrung und Weisheit, die ich erlangt habe, weil mein Triathlon-Leben schon lange her ist. Der ganze Leben ist schon lange her. Ist eine Sache, die eierlegende Wollmilchsau, dass du zum Beispiel in der Aeroposition arbeiten willst im Juli, das kannst du aufzeichnen. Weil in Wahrheit müsstest du weg von den Umfängen in den Mobility-Training, in den Beweglichkeit-Training, wir wissen alle, natürlich kann man das auch in einer Umfangphase machen, aber es ist das Erste, was fliegt, wenn du diesen klassischen Trainingsstress hast und alles bewältigen möchtest. Und wenn du wirklich dich in die Position reinarbeiten möchtest, wirklich schauen möchtest, dass du besser auf deinem Box sitzt und nicht homöopathische Maßnahmen ergreifen möchtest, dann ist jetzt eigentlich die Zeit dazu, wo ich tatsächlich sage, ein bis zwei Stunden in der Woche an dem zu arbeiten, sich vielleicht auch auf den Zeitfahrer zu setzen, für in dem Fall schon spezifische Sachen, aber einfach nur, um zu schauen, ob das Setup der Position stimmt, ob die Hüfte, ob welches Gelenk auch immer limitierend ist, da jetzt besser funktioniert, jetzt wäre die Zeit dazu, weil irgendwann kommt man darauf, oh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das auch noch unterbringen soll. Und das ist immer das Erste, was fliegt. Kraft-Training, Beweglichkeitstraining, Mobility, you name it. Und du hast den Umfang dazu ja eh schon gesagt, es geht um ein bis zwei, sagen wir ein bis drei Stunden in der Woche, das ist ja eh schon knapp an der Homöopathie. In Wahrheit, ja. Da sind wir eh schon am unteren Level und wenn das dann auch nicht funktioniert oder nicht passiert, im Training wird es halt schwierig, es steht ja immer am Plan, es passiert immer wieder, dass die Einheiten dann am ehesten rot bleiben und das dann schon in dem niedrigen Umfangsbereich ist dann schwierig. Und das ist schon noch greifbarer, der Graulbeinschlag beispielsweise, wo die Beweglichkeit im Sprunggelenk bei vielen Athleten, vielen Altersklassenathleten nicht ausgeprägt ist, ja, stark ausbaufähig ist, wo ich den Leuten immer sage, macht eure Übungen, damit euch der Fuß nicht im Weg steht, das wäre jetzt auch die Zeit. Anstatt, weiß nicht, fünf Kilometer am Stück zu schwimmen in einer beschissenen Form, wo man de facto eigentlich sagt, man könnte am hunderter, und das ist keine Übertreibung, liebe Hörerinnen und Hörer, spielen zehn Sekunden schneller sein, indem man einfach seinen Fuß da schön in die Position bringt, anstatt dass man, weiß nicht, so wie ein Anker, den Fuß, mit dem Fuß das Wasser durchpflückt. Aber das ist ja genau das Problem einfach, so wie es du jetzt schon gesagt hast, Mario, es stehen ohnehin schon wenige Mobility-Einheiten am Plan, bei jedem, weil einfach die Zeit ist begrenzt. Wenn man dann auch noch die Hälfte auslässt, was durchaus, würde ich sagen, der Durchschnitt ist, und dann zu der Erkenntnis kommt, naja, jetzt mache ich eh so brav Mobilität, aber es bringt nichts, dann dezimiert man eine ohnehin schon viel zu gering ausgeprägte Anzahl an Einheiten oder ein ausgeprägtes Volumen, ohnehin noch einmal auf die Hälfte, es kann nicht funktionieren und dann holt man sich auch noch die Bestätigung, dass es nicht funktioniert hat und legt das dann ad acta. Was ich damit sagen will, ist, genau wie es das du eingangs gesagt hast, will man wirklich signifikant an der Schraube arbeiten, an der Position, am Beinschlag, an der Schultermobilität, whatever, also alles, was irgendwie strukturell sich verändern soll, da muss man da einen Schwerpunkt drauflegen, genauso wie man es machen wird beim Schwimmen, Radfahren oder Laufen und da eben wirklich das Hauptaugenmerk drauflegen und nicht das irgendwie so stiefmütterlich mit zwei Wochenstunden behandeln, wovon man dann eine Wochenstunde sowieso streicht, weil es eigentlich nicht super gut in den Plan reinpasst. Also dann holt man sich nur die Bestätigung, dass das eigentlich gar nicht funktionieren kann, aber es hätte von Haus aus nicht funktionieren können. Trotzdem deklariere ich das dann ganz eindeutig nach einer Testphase als Eigenanverantwortung des Athleten, der Athletin, wenn man aus meiner Perspektive jetzt natürlich dann Muster erkennt, in denen solche Einheiten einfach nicht absolviert werden, aus welchen Grund gründen auch immer, dann sehe ich auch keinen Grund mehr das zu planen. Ja, ist hart, aber wahr. Ja, weil es sind vergebene Liebesmühen, dann investieren wir vielleicht in eine andere Richtung, die dem Progress des Athleten, der Athletin dienlich sind, aber nicht mehr da, weil es offensichtlich aus der Eigenverantwortung des Athleten heraus nicht sind. Ja, oder man kann es auch anders formulieren und sagen, es wird einem dann quasi zwischen den Zeilen mitgeteilt, dass der Athlet, die Athletin weiß, dass das notwendig wäre, aber es einfach nicht machen will. Und dann ist das, genau, dann ist das eine mündige Entscheidung gegen dieses Programm und dann kann man halt einfach, wie du sagst, die Zeit halt auch dorthin verwenden, wo sie nicht verschwendet wird, sondern wo sie auch akzeptiert und Spaß macht oder sonst was. Wie gesagt, das ist ja, wir erfüllen da ja keine elterliche Rolle oder sowas, sondern es ist ein begleitendes Moderieren und ein Helfen zum Erfolg und im Endeffekt muss man sich dann daran orientieren. Als Lehrer sehe ich das anders. Ja, ich weiß. Nein, Spaß beiseite. Rohrstock und Klassenbuch, oder? Mindestens so ein Anruf bei den Eltern und Schoolfox. Das ja, Wahnsinn. Schoolfox-Terror. Ja, es spricht von meinen Eltern, was im Zehnten. Ja, was ich dann haben möchte, da wirst du nicht in die Lage, wirst du nicht kommen, aber wenn du einmal in einer Eltern-WhatsApp-Gruppe bist, dann viel Spaß. Das wird mein Sau. Ja, da spürt es sich auch. Danke. Ich verzichte jetzt schon. Ich werfe Geld auf das Problem. Aber ich wollte ja woanders hin zu den eigentlichen Winterkönigen, weil die Winterkönige haben sich hier bei uns, vor allem ich, habe das in meinem eigenen Leben immer am Trainingslager dann das erste Mal gezeigt. Es gibt nichts Verlockenderes, als im Februar-Trainingslager auf den Kanaren kurz, kurz die erste Ausfahrt einmal zu zeigen, wo der Hammer hängt und an 13 weiteren Tagen sich dann komplett auszubrennen. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch bei Athleten, die ich dann beobachtet habe, ist die, die im Juli am besten unterwegs waren, hatten den Mut, auf diese ganzen Wettkampf-Ambitionen im Trainingslager zu verzichten und sich auch den Luxus zu geben, tatsächlich dort sich in Form zu rollen, weil man diesen Prozess nicht erzwingen kann. Ja, oder man sagt, der U-Boot taucht auf, wenn die Schlacht begonnen hat. Man kann ja unter dem Radar fahren und man hat immer so das Gefühl, es muss da jeder schon alles am Tisch legen und zeigen, wo er ist, bevor eigentlich noch der Tag der Abrechnung kommt. Und da einfach unter dem Radar zu rollen oder zu schwimmen, um in der U-Boot-Metapher zu bleiben, zu tauchen, macht ja durchaus Sinn. In vielerlei Hinsicht. Ein bisschen kämen wir da vielleicht auch in die Richtung unserer Versuche von mindestens drei nicht veröffentlichten Social-Media-Folgen. zu driften. Ich glaube, dass das ganze Thema schon mit dem ein bisschen befeuert wird, dass es immer einen Vergleich gibt, einen ständigen Vergleich gibt, dass die Plattformen dazu verführen, eben mehr zu machen, intensiver zu machen, weil es eben gesehen wird, weil es schwierig ist, ein U-Boot zu sein, vor allem, wenn man in diesen Medien aktiv ist. Und dementsprechend immer ein gewisser Druck da ist, eine gewisse Drucksituation da ist. Und da ist halt dann fraglich, wie man das für sich nutzen kann oder eben nicht. Eben nicht wäre das Beispiel, dass man sich dann ständig vergleichen muss, dass man in Swift-Trainern gewinnen muss, obwohl man die Form da zerstört oder nicht im Sinne des Aufbaus handelt. Das ist der Punkt. Weil es geht ja immer um einen Aufbau. Und es geht ja darum, dass man auf dem Tag X dann im Endeffekt fit ist und das unterscheidet ja das Ganze von einem Fitness-Sport. Und ich denke, das ist das, was du auch damit sagen willst, weil diese ständige Vergleichbarkeit befeuert ja auch durchaus einen positiven Zweck, nämlich für den klassischen Fitness-Sport, wo jetzt irgendwie der Wettkampf schlechthin fehlt, wo man einfach sagt, ich brauche meinen täglichen Motivator, dann ist halt so etwas wie Strava oder Swift-Training einfach eine super Geschichte. In Ausnahmefällen kann das ja auch das Ziel sein. Ich habe nicht nur Athleten, die im Wettkampf-Sport verwurzelt sind, sondern eben im Fitness-Bereich. Und da macht es absolut Sinn, zu sagen, na gut, jetzt nimm dir einmal ein kleines Zwischenziel heraus oder eine Phase, in der Swift-Trainern passieren und dann fällt es an. Ist ja cool. Passt ja. Aber ich glaube, wir reden sonst generell beim Thema Winterkönige wirklich von dem. Aufbau, der zu einem Ziel im Sommer, in der Mitte des Jahres, des darauffolgenden Jahres führen soll. Und da ist es dann, torpediert es dann einfach das System und funktioniert dann nicht wie gewünscht. In die Richtung Kraft und solche Geschichten möchte ich gar nicht weitergehen. Ich glaube, da sind eigene Folgen dazu. Schon online, schaut euch das an, was wir zu dem Thema sagen, wann das Platz finden sollte im Trainingsaufbau und warum und für wen und wieso und weshalb. Und da vielleicht nur kurz den Disclaimer wieder dazu. Krafttraining ist nicht für alle gut und notwendig und passend, aber für in einer gewissen Art und Weise schon für viele. Wenn man die Athletik vor allem mit in die Gleichung nimmt. Winterkönige, Wetterbedingungen, ich glaube, das könnte man noch ein bisschen genauer ausführen, dass man einschätzen kann, wie viel mehr Aufwand für das System es ist, bei niedrigen Temperaturen zu laufen oder zu radeln. Ich glaube, vielleicht ist das noch ein bisschen mehr in den Fokus. Sausi, da bist du im Outdoor-Training im Winter am Rad der Spezialist dafür. Ich kann da nur aus meiner Sicht den Schwank aus meinen früheren Trainings vor langer, langer Zeit erzählen. Also unter der Dusche und schmerzenden Zehen und Finger waren Usus mindestens zwei bis drei Mal in der Woche. Klar, das Material, die Kleidung war nicht auf dem Stand, wie es jetzt ist. Das ist doch schon 15, 20 Jahre her. Aber trotzdem war das einfach Energieräuber sondergleichen. Nach so einer Einheit drei bis fünf Stunden Outdoor und dann nochmal Auftaufase. Nach dem Essen ist man weggeschlafen. Das war einfach das eindeutige Zeichen, dass man in einem Mörder-Mörder-Energie-Defizit ist. So auch noch als Detail am Rande dazu. Es war extrem schwierig für mich immer eine Flüssigkeit aufzunehmen, mitzuführen. Also unterm Trikot, ja, wenn man es irgendwo im Rahmen mit einer normalen Radflasche gehabt hat, war man meistens nach einer halben Stunde dabei, einen Eisblock zu lutschen, weil das ist einfach gefroren. Ordentlich salzen. Salzen, ja, ich habe da damals Alkohol in eurem Fall. Die Insider-Tipps bitte nicht verraten. Ich habe damals einen Trainingskollegen gehabt aus dem Verein und der hat dann so Thermoboxen für den Radflaschenhalter gebaut. Ja, das hat das Ganze dann nochmal stundverzögert oder so, aber es ist trotzdem eiskalt. Am Körper mitführen. Am Körper, ja. Und regelmäßig auffüllen. Das ist halt eben sehr begrenzt in der Menge, die du mitnehmen kannst und wie auch immer, es ist ein zusätzliches Detail, an das man auf alle Fälle denken muss und der Druckschluss entsteht, naja, es ist eh kalt, ich schwitze eh nicht so viel und brauche nicht so viel trinken. Ich glaube, das ist halt wirklich ein Problem, vor allem in Summe mit dem wirklichen Energieverlust, mit der fehlenden Energiezufuhr aus den Getränken, der fehlenden Hydration und das bewirkt dann, dass so eine Einheit halt so richtig reinhaut. Das Problem ist sogar, dass du eine Energieabnahme durch die Getränke hast, weil ich jetzt mal die Frage stelle, der Körper ist ja bestrebt, seine Temperatur zu halten und dann trinkst du unter Anführungszeichen schluckerlweise ein Kloder, das wahrscheinlich ein, zwei Grad über dem Nullpunkt hat, manchmal sogar zugefroren ist und ich sage jetzt mal so, das ist, da braucht man gar nicht drüber viel nachdenken, wenn du mit schmerzverzerrter Miene wartest bis deine Zehen und Finger so weit aufgetaut sind, dass du überhaupt in die Dusche gehen kannst, ist es schon ein Fuck-up gewesen, weil ich die Einheit und das lässt sich aus all dem, was ich rausanalysiert habe, aus meinen Trainingsaufzeichnungen mindestens einmal zwei, drei qualitativ hochwertige Tage kostet. Abgesehen davon ist die Bewegungsqualität, wenn du bei minus fünf Grad fünf Stunden war, eines meiner Highlights, aber das wollte ich einfach probieren und was ich daraus gelernt habe, ist einfach, dass wenn dich dann auch noch der Fahrtwind anbläst, die Bewegungsqualität auch nicht mehr dieselbe ist, auch wenn die Kleidung heutzutage viel besser ist als die vor 20 Jahren, aber ist es dann nicht geschickter, gleich in eine Sportart zu wechseln, wo du gescheit angezogen, gescheit versorgt bist, vielleicht auch noch ein bisschen an Spaß hast, ob das jetzt Skilanglaufen ist, Laufen ist, was ich eher nicht so gut finde, aber Skitour, dass das definitiv dann auch mental was ganz anderes bedeutet, weil die Gefahr, über die wir noch gar nicht geredet haben, ist, was bedeutet es mental fünf Stunden lang bei, weiß nicht, ein Grad Nieselregen oder minus fünf Grad in trockener Kälte zu fahren. Es ist schon ein bisschen Mind over Matter, es ist aber ein ganz schmaler Grad zwischen Aufbau und Zerstörung und die Zerstörung passiert unglaublich schnell in der Zone, wenn du nämlich dann irgendwann mental drauf kommst, du kannst nicht mehr und etwas, was bei mir jetzt in den letzten Jahren bei aller Motivation und Liebe zum Sport immer passiert ist, ist der Jänner Fever Blues, weil es der sich einfach anfeiert. Aber da muss man sich halt auch die Frage stellen zwischen Risk und Reward. Ja, immer. Es ist sowieso immer, stimmt, aber in der Frage noch viel mehr, weil, was will ich gewinnen? Ich meine, wenn die Herangehensweise die ist, ich weiß, es ist eigentlich eine plätschliche Idee, aber ich möchte es ausprobieren, dann ist das etwas legitim. Aber wenn ich mich jetzt einfach jede Woche da rausstelle und sage, heute muss ein Fünfstünder sein, dann muss ich mir einfach die Frage stellen, was will ich mit der Einheit wirklich gewinnen? Und vor allem, was gewinne ich im Verhältnis dazu, wenn ich jetzt drei Stunden auf der Rolle sitze, beispielsweise. Oder von mir ist auch fünf Stunden auf der Rolle, ist ja wurscht. Ich würde einfach das eins zu eins unterschreiben, was du gesagt hast, warum nicht ein Alternativ-Training suchen, was Spaß macht, weil es läuft immer aufs selbe hinaus, das Herz weiß nicht, warum es schnell schlägt. Das ist nämlich einer der Punkte, du brauchst relativ, wenn du sauber und brav trainiert hast in deinem ganzen Leben, brauchst du auch wieder relativ wenig, relativ wenig, da muss man wieder aufpassen, das heißt nicht nichts, aber relativ wenig, um das in einer akzeptablen Grundform zu halten, damit du aufbauen kannst. Während hingegen, wenn du es dann wieder übertreibst und ich habe das in mehrfachen Eigenversuchen gestartet, ist es so, dass man schon vielleicht ein bisschen besser in die Vorbereitung startet, aber der Ramp-Up dafür dann nicht mehr so hoch geht. Ja, wobei ich würde das jetzt gar nicht einmal so schwarz-weiß sehen, weil im Endeffekt wir ersetzen ja nicht komplett das spezifische Training, sondern in dem konkreten Beispiel ersetzt jetzt die lange Radausfahrt am Sonntag, das heißt aber trotzdem, dass du wahrscheinlich dreimal in der Woche oder wenn es jetzt reiner Radfahrer bis noch viel mehr auf der Walze Indoor am Rad sitzt, das heißt das, was das Problem ist, wenn man das ja komplett ersetzen würde, wäre ja, dass eine unterschiedliche oder andere Muskulatur beansprucht wird und man da irgendwo dann einmal abbaut. Das ist aber in dem Fall ja nicht wahr, sondern man substituiert ja nur das Training mit etwas anderem und der Hauptsinn von der langen Radausfahrt ist ja einfach um das Herz-Kreislauf-System mal in irgendeiner Weise zu stärken und da sind wir wieder genau beim Punkt, das kann ich mit einer langen Langlauf-Tour oder mit einer langen Skitour genauso trainieren. Ja, aber das ist eben jetzt die Frage, wo dieses Minimum ist und ich würde hier das optimale Minimum, so blöd das klingt, suchen, um im Winter so gut reinzukommen, dass ich dann eigentlich wieder richtig geil auf Umfangblöcke bin, anstatt dass ich mir jetzt eigentlich die Lust nehme, indem ich einfach zeige, okay, ich kann es eh. Ich denke, der mentale Faktor, du hast das eh schon so plakativ gesagt, ich will es einfach ausprobieren, weil ich glaube, das wird einfach geil, fünf Stunden bei minus fünf. Wenn du mit dem Mindset an das herangehst und sagst, das will ich jetzt ausprobieren, das will ich machen, das macht dir aus einer gewissen Sicht auch wirklich Spaß, auch wenn es zwischendurch hart ist und wenn man weiß, wenn man einmal zu viel lächelt, bleibt das Lächeln eingefroren über den restlichen Tag oder eben es freut mich, dass ich die Mega-Bretzel oder wie heißt es in Zwift einmal fahre und da braucht man halt auch länger als zwei Stunden dafür, die meisten halt und ist das eine Herausforderung, man hat Spaß daran, dass das nach zwei Stunden oder drei Stunden indoor auch so seine Tücken hat mit offenen Stellen, mit Kleidung wechseln, mit was auch immer, wenn man nachkommt und mit dem Hydrieren, weil es einfach warm wird und man verschwitzt, wird ein Wahnsinniger, ist eine andere Geschichte oder eben dann, wenn da beides nicht funktioniert, dass man dann eben auch in die Richtung semispezifisch geht und auf den Berg geht oder was auch immer. Ich halte, muss ich auch sagen und das kann ich sportwissenschaftlich gar nicht groß untermauern, dass ich anekdotisch als Athlet und als Trainer sehr viel Sinn in einer Sportart wie dem Triathlon, ich werde jetzt zum Pharisäer, die einen großen Radanteil hat, sehe ich sehr viel Sinn dahinter, wirklich auf alternative Sportarten wie Skilanglaufen, Rudern, das haben wir auch besprochen, Skitouren auszuweichen, weil man eine Sache nicht vergessen darf, dass der Radsport so geiler ist, größter Fan, ein Sport ist, der doch dem Körper relativ viel abverlangt und relativ wenig zurückgibt, wenn es darum geht, Stichwort gute Haltung, Stichwort Gesundheit der Wirbelsäule, Stichwort ich sitze, mein Gesäßmuskel wird nicht wirklich beansprucht beim Radfahren, der Rumpf auch nicht wirklich, man braucht diese Kraft. Aber kann es nicht trainieren damit. Ja und das ist genau ein wichtiger Punkt, das gibt meiner Ansicht nach nichts Stupideres als, weiß nicht, Crunches und Stabi-Training, ich hasse es wie die Best, aber dann gleich vielleicht einen Sport zu ergreifen, bei dem das auch automatisch mittrainiert wird und da wäre jetzt eigentlich auch die Zeit dafür, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich spüre jetzt nach 27, 28 Jahren viel Radsport schon noch einige Gelenke, die durchaus besser versorgt sein könnten. Genau, aus dem, was man da präventiv machen hätte können, aber versäumt wurde, wie gesagt, alles perfekt machen, macht eh keinen Sinn, aber man sollte sich schon überlegen, genau wie du gesagt hast, die Radfahren verlangt einem viel ab, aber zu dem Zeitpunkt nicht das Richtige, dem Körper nicht das Richtige ab und dann muss man sich überlegen, wie kann ich das über andere Sportarten entweder ausgleichen oder eben gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, Herz-Kreislauf-Training und auch diese Baustelle in Angriff nehmen und vor allem in die Richtung Hüftstreckung oder Beckenaufrichtung, denke ich da schon, dass es Sinn macht, weg vom Radfahren zu denken und eben hin zu Sportarten, die das mit berücksichtigen und da ist Skitouren, gehen und Langlaufen besser. Ja, das ist nämlich ein Punkt, nämlich beim Schwimmen und beim Laufen sehe ich das wesentlich unkritischer, weil das sind Sportarten, die einander gut ergänzen, aber der Radsport nimmt wirklich viel. Er gibt viel, aber er nimmt viel. Man muss ja nur ganz aufmerksam beobachten, wenn man einen umfangreichen Radblock setzt, auch als Athlet, wenn man das sicher selbst einmal gemerkt, wenn man da viel am Rad sitzt, wie sehr die anderen Disziplinen leiden. Das heißt, was nimmt das Radfahren? Die Position, in der man ständig verharrn muss, an Potenzial im Schwimmen. Du hast das auch schon angesprochen mit den Sprunggelenken. Beim Radfahren sollte man möglichst stabil im Sprunggelenk bleiben. Hüftbeuger, Wahnsinn. Die ganze BWS-Romodäne sind extrem zu. Dass du die Kraftübertragung schaffst und das ist dem ganzen anderen Bewegungsabläufen nicht dienlich. Im Gegenteil. Das blockiert das einfach. Und das potenziert sich und das kann ich aus erster Hand mitgeben im Winter noch einmal durch die Kälte wesentlich mehr. Es ist jetzt trotzdem so, glaube ich, dass man da jetzt aufpassen muss, dass das jetzt nicht so ein Plädoyer dafür ist, das Radfahren im Winter zu ersetzen, sondern dass da Faustregel mit rausgibt. Ich würde gar keine Disziplin in irgendeiner Weise ersetzen. Das würde ich generell nicht machen, weil sonst einfach auch, was die Strukturen angeht, nehmen wir jetzt einfach das Beispiel Laufen, wenn ich jetzt den ganzen Winter nicht laufe, weil es draußen kalt ist, habe ich dann den Spaß im Frühjahr. Beim Radfahren, ich denke, wie es das du gesagt hast, ich glaube, zum Mitnehmen die langen, mental fordernden Einheiten, die würde ich substituieren, was einfach Spaß macht und zu den Gegebenheiten einfach passt. Und gerade im Triathlon oder eben im Radsport ist es ohnehin so, dass so viele Einheiten in der Woche dann trotzdem in der Spezifik ablaufen. Ich würde auch nicht die intensiven Einheiten substituieren, sondern die extensiven. Das wäre meine Herangehensweise, also der klassische, die eigentlich, wenn man sich jetzt vorstellt, angenommen, jetzt im Winter wäre Sommer und man würde jetzt normalerweise am Sonntag fünf Stunden am Rad sitzen, dass man sich einfach fragt, warum gehe ich nicht fünf Stunden eine Skitour und das Training unter der Woche, was in der Regel die kurzen, intensiveren Sachen sind, die würde ich einfach so beibehalten. Und ich glaube, dann hat man das Beste aus zwei Welten und kann relativ viel mitnehmen. Ja, also ich meine, ich rede mir da jetzt leicht, ich habe im letzten Jahr zwei Monate, ich war noch nie in meinem Leben so lange nicht am Rad. Ich glaube, Jänner, Februar nur auf Skitouren. Aber ich rede mir leicht, weil ich natürlich auch keinen Triathlon mehr mache, weil es original wurscht ist, wann ich am Rad dann in der Gute. Ich glaube, du redest insofern leicht, weil es auch extrem viele Lebenskilometer drauf ist. Das ist der nächste Punkt. Und ich sehe es aber genau wie du, wenn ich jetzt wieder einstiege, würde ich sagen, ich mache wirklich viel allgemeine Fitness und Grundlagenfitness auf Skilangel, auf Skitouren und würde diese hochspezifischen Intervalle oder diese, ich würde sogar hochintensive Kurzintervalle jetzt am Rad im Winter fahren, weil es eine unglaubliche Auswirkung auf die Drittökonomie hat. Und das würde ich nicht aus der Hand legen wollen als Wettkampfathlet, dass ich die Fähigkeit zu pedalieren mit diesen hochintensiven Intervallen noch tatsächlich neu erlernen kann. Und das ist sehr wertvoll. Das ist ein Punkt. Alle Einheiten, die jetzt in der Spezifik stattfinden, auch mit irgendeinem Inhalt behaften. Und dass da oft motorische Reize wirklich sinnvoll sind, also kurze, harte Antritte, kurze Sprints, kurze, hochfrequente Phasen oder generell Drittfrequenzpyramiden, das bringt eben den Mehrwert und die Vielfältigkeit an Skills, die man dann am Rad im Sommer braucht, um eben dann ansteuern zu können, jetzt bei der Pedalierie oder nicht, dann das draußen zu machen in einer Ausfahrt, nach drei Stunden schon ermüdet an Muskulatur, wird schwierig. Das funktioniert dann ohnehin nur in kurzen, sehr inhaltsbehafteten Einheiten und nicht in der allgemeinen Grundlage, die dann wirklich lang dauert. Ja, und dasselbe gilt da ein Stück weit auch fürs Laufen, weil ich, da muss man wieder aufpassen, wo man läuft, auf rutschigen Böden, Kälte und so weiter und so fort, aber da vielleicht auch Geschwindigkeitsbereiche aufzumachen, die man sonst eben nicht so leicht ergreift. Und das ist eben das Problem zu den Winterkönigen. Man muss da schon Abstriche über der eigentlichen Wettkampfform machen, arbeitet ganz spezifisch, abteilig, im schnellen Bereich, allgemein im anderen Bereich und muss dann, wenn man in die Spezifik einsteigt, auch in Kauf nehmen, dass man eben nicht ganz so gut drauf ist, mit der Perspektive, dass es dafür sehr viel besser werden kann. Nicht mit dem, mit der Einschränkung, dass man nicht so gut einsteigt, sondern genau das muss dann der Benefit sein. Man muss sich dann darüber freuen, dass es in der Spezifik nicht so gut funktioniert. Und der schließt dann eben so Winterlaufgeschichten, Winterlaufserien, kurzer Form oder Aswift-Rennen, punktuell, wirklich gezielt eingesetzt, in keinster Weise aus, dass das nicht falsch umgekommen ist, einen Winterlauf einzubauen in einen V2 Max Block, ja hey, warum nicht? Das passt super, das ist ja von der Belastungsstruktur ganz ähnlich und kann man perfekt timen, genauso wie ein kurzes Zwift-Rennen, wenn es eben nicht über Stunden geht. Und das ist jetzt eben auch etwas, was ich eben auf der allerhöchsten Ebene im Profiradsport beobachte, weil wir jetzt einfach so getan haben, dass die komplette Spezialisierung wegfällt und die Leute das ganze Jahr über in Form sind. Es ist jetzt so, dass einige Leute, so wie der Wout Van Aert im Olympia-Jahr, in der Cross-Szene in Kauf nehmen, nicht so gut zu sein im Winter. Und man merkt auch, wie schwer es seinem Ego fällt. Aber er auch klar sagt, dass er jetzt einmal vertraut, dass das ihm langfristig gesehen die richtige Wahl ist. Aber ich weiß, wie schwer es ist, Formen, die man sich hart erarbeitet hat, vor allem in jungen Jahren, aus der Hand zu legen, weil man hat immer das Gefühl, man weiß ja nicht, man hat die Erfahrung des 40-Jährigen noch nicht, das ist das Drama. Wir haben ein Maximum Erfahrung und Weisheit, unsere Körper verfallen bereits, Mario. Bei Pierre ist es noch nicht so weit. Aber hätten wir dieses Wissen noch einmal mit 20 gehabt, um Gottes Willen, was würden wir alles erreichen? Das wäre nicht mehr schön. Kommt die Sonne auch noch raus. Ich glaube, wir werden eine Runde laufen gehen. Wir sitzen da im Rampenlicht ohne Ende. Ein kleiner Setup-Fehler begangen. Ich glaube, das Thema haben wir eher abgehandelt. Ja, ich denke auch. Winterkönige. Winterkönige, wie fassen wir es zusammen? Und innen. Und innen. Danke. Alles ist möglich, nichts ist fix. Man kann alle Inhalte trainieren, die Dosis macht wieder das Gift. Jeder muss einen Mitnahmepunkt geben, Mario, du fängst an. Was ich aus der Folge mitgenommen habe. Was du aus der Folge mitgeben willst. Achso, was ich mitgeben will. Okay. Ich möchte mitgeben, schränkt euch da nicht ein im Winter, denkt euch nicht zu strukturiert in den Disziplinen, schwimmen, Radfahren, laufen und dass ihr da in Form sein müsst. Irgendwann. Da ist noch viel Zeit dahin. Sondern genießt einmal die Vielfältigkeit der Bewegungsmöglichkeiten und nutzt das aus. Lasst euch da auch darauf eilen, dass es aus der Komfortzone kommt. Vor allem, wenn es in Richtung koordinative Dinge geht, in motorische Dinge, in Lauftechnik, wo dann immer wieder ein Kommentar kommt, ja, jetzt ist die Zeit dafür, Arschbocken zusammen und das bringt dann was. Da bitte die Perspektive ändern und dann switchen auf die Spezifik. Wenn es das jetzt so macht, hat es dann, wie das Haus gesagt hat, ausgebrannt. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich glaube, viele kämpfen gerade mit allen möglichen Infekten und sonstigen und gerade jetzt ist eben nicht der Zeitpunkt, dass man unbedingt fit sein muss. Natürlich muss man auch nicht krank sein, aber was ich damit sagen will, ist die wichtige, wirklich wichtige Zeit für den Formaufbau, die kommt noch. Die Basis habt, jeder, der strukturiert trainiert, trainiert auch in der Regel schon ein bisschen länger und kann solche Sachen verkraften. Die gehören leider zu einem normalen sportlichen Trainingsjahr dazu und deswegen schauen wir, dass wir einen Sommerkönig und eine Sommerkönigin schaffen und im Winter die Basis weiter aufbauen. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, Timing ist die Mutter jedes guten Trainingplans. Wie schön. Dem ist nichts hinzuzufügen. Euer Sausie hat das für euch zusammengefasst. Sehr schön. Gut, dann sagen wir danke vielmals fürs Zuhören bei der heutigen Folge. Wir sehen uns in der nächsten Woche für Feedback und sonstige Fragen, Anregungen, Wünschen, Beschwerde. Wie immer an info at sweetspot-training.at oder auf Social Media und ja, sonst sehen wir und hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, teilt uns ruhig mit, wie ihr euer Training allgemein gestaltet. Genau. Also, bis bald. Baba. Ciao, grüß euch. Einmal ist grundsätzlich Vielen Dank.